Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Batman Ark Nights. So, Rizzles haben wir gelöst. Was? Betonungsstufe, achso 1, ok. Wir sagen, schauen wir uns mal an, was wir in der Nähe haben, diesmal. Tatsächlich ist Rizzle in der Nähe wieder, aber auch das hier bei in der Nähe, da wären wir, ach, 24% Rizzle auch, ne? Ja, das wäre eigentlich schnell fertig. Ich würde sagen, wir machen mal zuerst, ähm, Die Polizei meldet dort dieselbe Ruf und Musik, die auch in den anderen Tagen hatten gespielt wurde. Ich komme schon. Ah, nein, 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 nein. Oh Mann. Ok, nochmal ab. Zentrale, hier spricht 424. Wir haben hier etwas. Auf einem Dach in Bristol wurde eine Leiche aufgelingt zu kommen. Ok. Noch weiter oben. Hä? Glaubst du, Harf sucht noch Leute? Hab gehört, der will später ein großes Ding drehen. Was ist die Leiche jetzt? Moment mal. Habt ihr angeklickt? Sie sollten sich vielleicht nach Bristol begeben, Sir. Die Polizei meldet dort dieselbe Ruf und Musik, die auch in den anderen Tatenorten gespielt wurde. So, lass mich hier. Bristol. Ich habe gesehen, wie einer Scarecrow-Scars eingeatmet hat. Bristol, Bristol. Das war Bristol. Ich habe es gerade kurz gesehen. Beweise Schleich... was? Wiederbeleben. Beweise deine Schleichkünste gegen einen trugbewaffneten Miliz-Soldaten. Danke, ihr Sanitäter werden dagegen nicht lange bewusstlos bleiben. Man hat... Gefühlt, wie soll ich uns... Sie vermessen. So, frei schon. Schaut mal, Angst wurde gerade schon... Boah? Ok. Ja, aber das ist ja eigentlich das, was ich brauche, oder? Ist das Riddle hier? Ja, da ist Riddle. Hier? Oh, nee, da ist noch eine neue Mission... Neue Quest. Ach du Scheiße. Da fängt schon etwas Neues an. Ah, ok. Was? Ist das auf mich? Oh, nee, du bist nicht... Ja! Ach du einem? Ah! Ah! Oh! Ah! 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 ich weiß wie ich jetzt hier weiterkomme bei dem Fall mit den Leichen was habe ich gewischt? ich dich aber auch so wenn ich wo wurde übel bei Riddle weiter machen die Fledermaus hat schon zu lange die Kontrolle es wird Zeit dass wir den Spieß umdrehen sehe ich aber gar nichts hin wie sehr gut das heißt mehr Beute für uns hm hätten wir etwa evakuieren sollen? ne ja 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 gut dann gehen wir doch zum letzten Könige nach Riddlers ist in Kingston bisher hat er nur mit mir gespielt und das Gefühl der Macht genossen aber ich befürchte er wird sich nicht länger mit Spielen aufhalten wer weiß welche Form sein Wahn diesmal angenommen hat wer weiß wer weiß so ok ich glaube ja tut mir leid vernesserätsel sind wir gespannt wo wir hier landen oh Detektiv ich kann dir gar nichts sagen wie erfreundlich bin dass du bei meinen Spielen mitmachst du kannst dir gar nicht vorstellen wie es ist intellektuell weit über dem Rest der Menschheit zu stehen freilich kann ich nicht behaupten dass du es mir schwer machst dunkler Ritter aber dein schwacher Widerstand ist eine Abwechslung zu üblichen supportigen Kapitulationen ja ja ok wir werden sehen ok hey hey ich weiß wie ich... Schneller dunkler Ritter, das ist doch nicht so schwer Was? Schneller? Höh? Aber das verpasst? Okay, ich habe das Gefühl, ich... Warte mal... Ähm... Ratlos, Batman? Ich sehe, wie die Gedanken nur so durch deinen Kopf fliegen Fliegen Okay, ich habe das Gefühl... So, und jetzt? Komm schon, dunkler Ritter, zwing mich nicht, dich aus dem Raum zu schleudern Ja, komm, ich weiß schon... So, was kann ich hier drüben setzen? Und jetzt? So, was kann ich hier drüben setzen? Ich habe das Gefühl, dass ich hier gerade in die feste Ankeine gerade eben... Und jetzt in die feste Ankeine gerade eben... Ok das reicht nicht. Das reicht aber so. Splash. Hier werden die Sachen angezeigt, dass ich weiß was ich machen muss. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Irgendwie, aber ich kann nicht schiessen, ok. Die Frage ist, was mache ich jetzt hier? Vielleicht will ich hier was treffen oder so. Irgendwann hat es ja, dass ich hier rüber komme, irgendwie. Warte mal, wie kann ich analysieren? Aktiviert, sobald ausgelöst wird jeder Objekt in der Nähe des Mechanismen aktiviert. Ach, ach so, ja super. Ich habe schon alles gefunden, wie es geht. So, ok. Doch nicht. Aber ich darf hier nicht hin. Warte mal, die Kabel geht nach hinten. Wieder raus. Es sind keine Schaubflächen hier, ok. Ich werde über dem Flügel längst weg hin zu fliegen. Ja, das war, das war aber nichts. Oh! Ich habe mich noch gerettet, haha. Ich hätte nie gedacht, dass ich da reinkomme noch, ey. Okay. Also, warte mal. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, wie ich das genau hier steuere. Soll ich da weiter fliegen? Vielleicht habe ich auch noch zu wenig... Ne, es ist schon wenig eigentlich nicht. Sehr gut, dunkler Ritter. Dank auf deiner Augenmache als fliegende Ratte behaust. Und die entsprechenden Fähigkeiten testen. Na super, und jetzt? Hä? Ja gut, wisst ihr was, wenn ihr sehen möchtet, wie ich dieses Rätsel noch zu Ende löse? Dann schaue ich noch mit dem Morgenstern bei BatmanArgenknife. Bis dann, tschüss.